Die Mala de Claret ist nicht nur eine ausgezeichnete Bachforellenfliege, Lachse und Meerforellen lieben sie ebenfalls. Wie bei den meisten erfolgreichen Fliegen gibt es auch hier Variationen über Variationen. Manche mit einem Junglecock-Element drin, mit einem orangefarbenen Tag, mit einer schwarzen Heche und so weiter und so weiter. Ab etwa Mai ist die Mala de Claret eine ausgezeichnete Fliege. Wir benutzen sie dann meistens als Strecker. Sollten sie mit drei Fliegen fischen wollen, setzen sie sie in die Mitte. Und? Ich glaube, wir bleiben im Auto sitzen. Ja, ja, und, 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 aber bei der Kälte rausgehen weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja, gut, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Meinst du, bei der Kälte, guck dir das wieder an. Man, es ist so miserabel. Und mal ein bisschen größer könnten sie schon sein. Ja, da hast du recht, ja. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Plutsch. Immerhin ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ja, doch. Nicht zu schlecht. Warte mal, und da suchst du dir jetzt eine Mollet and Claret raus. Ich kenne mich doch nicht anders. Mollet and Claret, das ist eine Mollet and Claret. Ist das? Ja, und das ist auch eine. Das ist dann drei Stück. Und ruck, zuck, wirst du auch mal einen größeren Fisch fangen. Warte mal sehen. Oh mein Gott. Okay, finde ich schön. Muss ich echt sagen, wir sind natürlich, wir sind Fliegen. Das höre ich aber gerne, das höre ich aber gerne, Ottmar. Danke dir. Danke auch. Nicht schlecht. Na ja, ich weiß nicht. Keine Frotte. Ja. Ist noch nicht richtig Pfannengröße. Aber immerhin davon, ne? So ein bisschen. So. Komm. Aber nicht an der... Mollet and Claret. Kannst du mal sehen. Schumpenblickser. Was ist, Ottmar? Na ja, nix. Was ist mit dem größten Fisch? Du weißt, wer der größte fängt. Der muss einer auf die... Und dann auch noch auf die Mollet and Claret. Ach, tatsächlich. Ja, natürlich. Was ist das also mit dem größten Fisch? Ich will dir mal was sagen. Wenn man den ganzen Tag nur mit dem Mollet and Claret fischt, dann müssen wir ja mit dem Fisch fangen, den schön. Das ist einfach eine gute Fliege. Was ist mit dem Messer nicht in Ordnung, Ottmar? Na ja, gut. Es sieht aus, als hätte ich viele Fische damit gefangen und ausgenommen. Das Messer hat schon viel gesehen. Ja? Ja. Was zum Beispiel? Größere Fische als die. Oh. Aber nicht schlecht, Ottmar. Aber nicht schlecht. Na ja, gut. Man ist auch mit kleinem zufrieden, weiß man. Gut, gut. Ne, toll. Wir hatten festessen. Die Hakengrößen für die Mollet and Claret bewegen sich so zwischen 8 und 14. Ich habe hier einen 12er, der gefällt mir sehr gut. Bringe den mal hier in den Bindestock. Bindefaden ist schwarz. Da geht mal eine Lage auf den Haken-Schenkel erstmal. Dann gibt es wieder einen Tag, das Anhängsel. Das mache ich aufs Kupferdraht, damit es ein bisschen schwerer wird und die Fliege besser sinkt. Also geht hier mal so eine Lage auf den Kupferdraht rein. Für den Tag dreimal rum. So, ganz einfach. Da gibt es ein Wort, das heißt Goldfasanenkragenfederfieber. Das ist nämlich der Schwanz. Im Englischen heißt das Golden Pheasant Tippet. Viel einfacher. Und so eine Goldfasanenkragenfeder habe ich hier. Und nehme mal, ja, so vielleicht ein halbes Dutzend Fiebern da raus. Ziehe ich einfach so ab. Und die binde ich hier oben rüber als Schwanz ein. So, ganz einfach geht das. Das vorne schneide ich weg. Das Claret im Namen der Fliege bezieht sich auf die Körperfarbe. Claret heißt Weinrot. Und da habe ich mal so ein Stückchen Fell mir dementsprechend gefärbt. Und zupfe ich jetzt diese Härchen hier raus. Da kann man leicht zu viel nehmen. Also hier eher sparsam umgehen. Und die kann ich wunderschön um den Bindefahnen, zwirnen. Dubben nennt man das im Englischen auch. Dubbing, der ganze Vorgang. Wenn man immer in eine Richtung dreht, bleibt das schön am Faden heften. Und damit binde ich jetzt den Körper. Einfach immer rum. Nur darauf achten, dass man vorne genug Platz lässt, weil ja noch eine Hechel und der Flügel rein muss. So, das sieht gut aus. Der Kupferdraht rippt das Ganze jetzt. Dreimal rum. Schön ebenmäßig. Das sieht richtig gut aus. Edel. Den Kupferdraht brauche ich nicht mehr. Den kann ich abschneiden. Die Heche ist so ein Rostbraun. Das benutze ich jedenfalls. Manche nehmen auch eine hellere. Aber mir gefällt dieses Rostbraun so gut. Und darum zupfe ich mal so eine Feder aus diesem Balk hier raus. So. Wieder den Pflaumen abzupfen. Den brauchen wir nicht. Sieht nicht gut aus. Schlecht mit zu arbeiten. Aber ich schneide mir hier so ein Pinselchen am Ende weg. Damit mache ich nachher das Haken wieder sauber. Jetzt geht die rein. Und dreimal rum. Manche Binder produzieren hier nur eine falsche Heche. Also legen einfach so ein paar Fiebern nach hinten. Aber mir gefällt das, wenn da so eine richtige Heche drin ist. Irgendwie sieht mir das lebendiger aus. Das kann Aberglaube sein. Aber ich mache so seit fast 40 Jahren. Und da bringt mich auch keiner mehr von Ab. Ab. So. Heche ist drin. Jetzt kommt das zweite namensgebende Element der Mullet & Claret. Und das ist Mullet. Die Stockente. Die hat wunderschöne Flankenfedern. Und davon habe ich mir ein paar besorgt. Und zupfe da so eine Seite glatt. Das geht ganz einfach vom Hechelstamm abzuzupfen. Das brauche ich nicht. Und das kann man dann so einmal falten. Zwischen Daumen und Zeigefinger. Geht auch ganz einfach. Das fällt fast wie von alleine in Position. Und das lege ich jetzt hier drüber. Sodass es über den Hakenbogen hinten etwas übersteht. Und mit der Zugschlaufe zum... geht das rein. Das hier vorne brauche ich nicht. Das geht weg. Mit dem Kopfknotenbinder schließe ich jetzt die Fliege ab. Einen Tropfen Lack drauf geben. Um das Ganze schön zu stärken. Aufpassen, dass man nicht mit den Fiebern in Verbindung kommt. Sonst verkleben die und arbeiten nicht mehr schön unter Wasser. Jetzt nur noch das Öhr säubern. Mit unserem Federrest. Wenn ich den jemals wieder finde hier auf meinem eleganten Tisch. Und da haben wir eine Mallet & Claret. Das hier vorne brauche ich die Fliege ab. Ruh, Ruh, Ruh.